Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, endlich mal wieder ein neues Video. Einige haben sich schon gewundert, warum ich ein bisschen inaktiver auf YouTube geworden bin. Es war einfach, weil einfach auf Twitch so viel auch organisiert werden musste, auch mit den beiden Gilden, mit den Communities und so weiter. Wir sind jetzt wirklich sehr kurz vorm Release, von daher, da mussten einfach viele Sachen geklärt werden. Und da hat YouTube so ein bisschen drunter gelitten und ich habe auch irgendwie festgestellt, ich bin einfach nicht so der Typ, der so richtig fette, beskriptete, mega lange Videos produzieren möchte. Ich arbeite gefühlt seit drei Wochen an dem Berufe-Video und es kommt einfach nicht voran. Ich bin einfach eher der Typ, der wirklich die Kamera anmacht und einfach über ein Thema redet. Und ja, ich bin auch einfach mehr auf Twitch, denke ich mal, zu Hause und YouTube wird wahrscheinlich auch langfristig eher so eine Plattform sein, wo ich dann Twitch-Ausschnitte hochlade, wo ich dann über irgendwelche Themen spreche. Und bis ich damit anfange, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal so ein kleines Format hier auf, wo ich quasi über aktuelle Themen spreche, die einfach in der WoW-Classic-Welt gerade von der Community besprochen werden, die euch interessieren und die einfach wichtig sind. Und damit fangen wir quasi heute an. Ja, und wir gehen hier mal in den Forum rein. Das ist das EU-Forum hier, wo vor ein paar Tagen die News kam, dass quasi ein weiterer europäischer PvP-Server eröffnet wird. Und viele in der deutschen Community, die das quasi mitbekommen haben, haben da so ein bisschen mit Unverständnis drauf reagiert, von wegen, ja, jetzt kommt hier irgendwie ein neuer englischer Server, warum kommt denn kein neuer deutscher? Ja, weil man sich dann hier, also man ist ja dann quasi hier in ein Spiel reingegangen und hat dann hier auf Deutsch geklickt und hat dann hier gesehen, ey, beide deutschen Server immer noch voll. Darum kommt dann nicht direkt ein neuer. Und ich kann die Leute auf der einen Seite verstehen, ja, man macht sich Gedanken, ja, man wundert sich vielleicht, okay, die deutsche WoW-Classic-Community ist nicht unbedingt klein, ja, das hat man schon gemerkt, auch in den letzten Tagen, finde ich, in den letzten Wochen, ähm, und dann ist immer dann so direkt die Frage so, werden da langfristig zwei Server für den deutschen Raum, ähm, reichen? Ja, wir haben momentan einen PvE-Server, Evaloke und eben Lucifron, wo ich drauf spielen werde, einen PvP-Server und, ähm, die Frage ist schon berechtigt, klar, ja, ob man da langfristig mit zwei Servern hinkommt. Ähm, auch die RP-Leute zum Beispiel im deutschen Raum haben ja auch keinen Server bekommen, die kann ich auch verstehen, äh, dass die da ein bisschen frustriert sind. Ähm, trotzdem finde ich, ähm, nur weil Blizzard hier dann quasi gemerkt hat, im europäischen Raum, okay, wir brauchen noch einen weiteren Server, äh, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir auf jeden Fall im deutschen Raum auch noch einen Server brauchen, ja. Denn ich meine, letztendlich wissen wir ja auch gar nicht, was diese Anzeigen von mittel, hoch, voll und so weiter, ja wirklich bedeuten, ja, also hier steht jetzt voll sogar, nicht mal hoch, sondern sogar voll. Ähm, wir wissen aber auch gar nicht, bedeutet das, äh, eine 1K-Cue, ja, oder eine 10K-Cue, ja. Ähm, und wir wissen auch gar nicht, inwiefern es quasi auch relevant ist, wenn man sich ja quasi auch gerade gar nicht aktiv ins Spiel einloggen kann. Man kann ja quasi nur den hier machen, ähm, also in den, ähm, Charakter-Bildschirm hier reingehen, ja. Von daher, ähm, wir wissen ja auch gar nicht genau, was diese Sachen überhaupt, äh, bedeuten, ja. Ja, von daher würde ich da einfach mal an der Stelle so einen kleinen Appell an die deutsche Community raushauen. Ähm, chillt einfach mal eine Runde, ja. Ähm, wie gesagt, also ich, äh, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, vor ein paar Monaten sollten noch nicht mal deutsche Server kommen, ja. Mittlerweile beschweren wir uns schon darüber, dass wir quasi zu wenige deutsche Server bekommen, ja. Von daher, ich bin einfach mega glücklich, dass wir überhaupt deutsche, ähm, Server bekommen haben. Und, ähm, ich gehe wirklich stark davon aus, wir haben es jetzt gerade den 16.08. Wenn Blizzard wirklich in den nächsten Tagen noch merken wird, auch nachdem diese kleine, ähm, Mini-Beta-Phase auch nochmal beendet wurde, die geht heute Abend zu Ende, glaube ich, äh, dann werden die wahrscheinlich auch nochmal sich genau Gedanken machen, ähm, ob sie noch einen deutschen Server bringen oder nicht, ja. Von daher, ähm, würde ich einfach mal an der Stelle sagen, da sollte man auch Blizzard ein bisschen vertrauen einfach mal. Ja, also, wenn ich mir auch die Entwicklung anschaue in den letzten Monaten, ja, wie Blizzard eigentlich auf die Community in vielen Fragen immer wieder gut eingegangen ist, finde ich. Also, da habe ich wirklich momentan, ja, und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, echt Vertrauen, ähm, in Blizzard, dass sie hier wirklich die richtige Entscheidung treffen werden. Und, ähm, es hat ja auch nicht nur Nachteile, dass wir alle auf einem Server sind, also die PvP-Spieler, ja, auf Lucifer, dass da sehr viele Spieler sein werden. Auch größere Streamer, größere YouTuber haben sich ja angekündigt. Ich glaube, Hand of Blood meinte, dass er da spielen will. Unge, ich habe viele Namen gehört, also von vielen weiß ich auch nicht genau, ob es irgendwie jetzt schon bestätigt ist oder nicht, aber es sind so viele Namen im Umlauf gerade. Und irgendwie halt auch geil, oder? Wenn man so die Community nicht direkt wieder teilen würde, sondern wenn eben einfach alle auf einem PvP und eben alle auf einem PvE-Server spielen würden, ja. Das würde einfach die Community an sich natürlich erstmal einen und nicht noch direkt am Anfang gleich schon quasi in Zweien, ja. Haben auch einige geschrieben, ja, habe ich auch in vielen Beiträgen gesehen, viele das auch cool finden, dass man eben irgendwie so, ja, sich so mit allen, also sich quasi mit allen Leuten dann auf diesen beiden Server nur befinden wird und halt dann nicht wieder direkt 5, 6, 7, 8 deutsche Server gibt. Und den Punkt fühle ich irgendwie auch ein Stück weit, ja. Und daher, es hat auch Vorteile an die Leute, die ja quasi jetzt fett das kritisiert haben, ne. Und daher, genau, würde ich da nicht so mega viel drauf geben, dass hier gerade voll steht, ja. Wie gesagt, jeder kann sich auch gerade nur die Charts reservieren. Es heißt noch nicht wirklich auch, dass die Leute auch wirklich ingame agieren und so weiter. Da muss man dann auch wirklich mal gucken, was diese Werte hier genau bedeuten. Und letztendlich, Leute, nur Blizzard hat die Daten vorliegen bei sich, ja. Und wenn die quasi merken, dass noch ein weiterer Server Sinn macht, dann wird auch einer kommen, ja. Genau, das war eigentlich so mein Gedanke zu dem Thema, weil ich einfach so gemerkt habe, dass viele sich da direkt wieder drüber aufgeregt haben und so weiter. Und das wollte ich einfach quasi mit dem heutigen Video mal ansprechen, ja. Was ich aber dann auch noch sagen möchte ist, wenn Blizzard sagt, okay, wir bringen noch einen Server, dann würde ich aber auch wirklich sagen, dass sie sich damit auch ranhalten. Ja, ich kann mit beiden Dingen leben, ja. Ich kann damit leben, wenn kein Server kommt, weil ich es, wie gesagt, eben auch feiern würde, wenn wir so eine kleinere Server-Community wären, die nicht direkt so aufgespalten wird. Und ich kann auch damit leben, wenn noch ein weiterer PvE-Server und ein weiterer PvP-Server zum Beispiel kommen würden. Ja, vor allem ein weiterer PvP-Server würde wahrscheinlich Sinn machen, weil das gefühlt immer mehr Leute spielen wollen. Aber wenn da noch einer kommen soll, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, dann aber doch bitte relativ bald, ja. Auf jeden Fall vor dem Game-Release auf jeden Fall, ja. Denn wenn wir das quasi nach dem Release dann erst bringen würden, dem Server, dann würde ich auch dann sagen, na gut, inwiefern dann die Motivation von den Leuten da ist, wenn man irgendwie zwei Wochen nach dem Release, ja, und dann haben die Leute schon auf Lucifon hochgelevelt und wenn man dann irgendwie einen neuen Server bekommt, weil man dann merkt, oh ja, reicht hinten und vorne nicht, ja, dann stelle ich es mir auch unter Umständen ein bisschen kritisch vor, ne, weil wer hat dann irgendwie nochmal Bock, um quasi einen kleinen Nachteil gegenüber allen anderen zu haben, weil man dann quasi ja vom Level her, ja, wieder von neu anfangen muss, ne. Von daher würde ich, ja, dann auch den Appell an Blizzard an der Stelle, weil natürlich alle Blizzard-Mitarbeiter hier den Kanal hier von mir auch verfolgen, an der Stelle rauszuhauen, nein, keine Ahnung, aber quasi das quasi dann auch, wenn da wirklich noch ein Server kommen soll, die Entscheidung dann halt möglichst bald getroffen wird, damit sich die Leute auch einfach darauf einstellen können. Ja, wir haben auch eine relativ große Community mittlerweile und wir würden ja dann auch nochmal überlegen, ob wir quasi auf Lucifron bleiben würden, wenn ein neuer PvP-Server kommt oder ob wir eben auf den neuen Server wechseln. Das wäre dann ja auch nochmal die Frage, die man sich stellen müsste. Das hätte alles wieder Vor- und Nachteile. Ja, ich persönlich würde es auch wieder cool finden, wenn man mit einigen größeren YouTubern, Streamern und so weiter beim Server ist. Da werde ich aber auch nochmal ein Video drüber machen, über diese Streamer-Communities, Streamer-Server-Problematik. Einige, wie gesagt, haben da ja keinen Bock drauf, gerade auch die PvP-Spieler bei uns würden sich, glaube ich, auch eher darüber freuen, wenn wir eher auf einem etwas, ja, kleineren Server vielleicht, oder was heißt klein, aber der nicht so mega proppenvoll ist, halt spielen würden, weil man da ein bisschen einfacher ranken kann. Oder also in der Theorie zumindest geht man davon aus, dass man dann vom Wettbewerb her ein bisschen einfacher hat beim Ranken. Ja, muss man dann mal schauen. Dann würden wir einfach auch abwiegen, was wir dann als Community letztendlich wollen. Joa, Leute, ich hoffe, euch hat dieser kleine Real Talk an der Stelle über die Server-Problematik im deutschen Raum gefallen. Solche Videos möchte ich jetzt öfter bringen, einfach um die Debatte anzuregen. Von daher gerne in den Kommentaren, Leute, eure Meinung zu dem Thema. Findet ihr euch auch richtig wohl, gerade pudelwohl mit den beiden Servern hier. Findet ihr es auch cool, dass wirklich alle größeren YouTuber-Streamer und eben auch einfach Classic-Liebhaber auf einem Server sein werden. Also auf einem PvP-Server und auf einem PvE-Server. Oder würdet ihr so sagen, lieber kein Risiko eingehen, lieber von vornherein ein paar Server mehr, damit wir uns dann ein bisschen mehr entfalten können. Digga, da sind so viele Leute am Start im deutschen Raum. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Server. Schreibt mir gerne mal eure Meinung, Leute, und das Video. Und in dem Sinn würde ich sagen, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst uns gerne darüber debattieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.